Herzlich Willkommen zu Marktupdate Klarstoff hier auf dem YouTube-Kanal von Comdirect. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, spannende Börsentage haben wir gesehen. Spannende Fragen habt ihr natürlich auch in den entsprechenden Marktupdate-Live-Folgen hineingegeben. Manche konnte ich nicht beantworten, weil ich entweder keine Antworten darauf hatte ad hoc, beziehungsweise weil die Zeit nicht ausgereicht hat. Und das hole ich jetzt hier in diesem Format nach. In dem Klarschiff lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Format gefällt oder einen Daumen runter. Wenn nicht, dann gerne in die Kommentarzeile reinschreiben. Was euch nicht gefällt, ihr habt natürlich auch die Möglichkeit nochmal Fragen zu entsprechenden Finanzmarkt-Aktien dergleichen stellen zu können. Einfach in die Kommentarzeile reinposten. Dann nehme ich diese für die nächste Ausgabe mit. Und hier gibt es nochmal einen Hinweis. In der kommenden Woche fallen leider die Marktupdate-Formate aus, weil ich im Urlaub bin. Eine Woche Erholung, neue Ideen, neue Energie und natürlich auch neue Antworten sammeln. Ich freue mich aber dann natürlich nach Ostern entsprechend in der Woche dann wieder auf eure Fragen bei dem Marktupdate-Live-Format. Und würde vorschlagen, ich lege gleich mal los. Will aber nochmal darauf hinweisen, heute ist der letzte Abstimmungstag bei der Brokerwahl. Da habt ihr die Möglichkeit unter www.brokerwahl.de eure Stimme für euren Lieblingsbroker abzugeben. Das müsst ihr natürlich entsprechend wissen, welcher Broker das ist. Aber auf jeden Fall finden wir das oder ich das ganz wichtig, um zu sehen, wie die Stimmung generell unter euch in Bezug oder in Bezug auf die entsprechenden Broker natürlich dann jeweils sind. Also von daher ruhig mitmachen. Ihr könnt auch tolle Preise gewinnen entsprechend. Ich glaube, das könnte sich für den einen oder anderen oder die ein oder andere Zuschauerin entsprechend lohnen. So, genug der Werbung, genug des Hinweises und jetzt geht es auch schon los. Wir gucken uns als erstes mal die MTU an. Spannendes Unternehmen. Auch eines der Unternehmen, bei denen ich schon bereits im vergangenen Jahr darauf hingewiesen habe, dass das so ein kleiner Nutznießer eben aus den Lockerungsmaßnahmen bzw. nach der Covid-19-Pandemie sein könnte. Weil sozusagen, wenn eben die Fluggesellschaft natürlich wieder neuen Drive aufnehmen, müssen vorher Flugzeuge gekauft werden, demzufolge neue Ersatzteile. Und davon können dann eben bzw. nicht Ersatzteile, sondern natürlich neue Flugzeugteile. Und davon profitieren dann im Endeffekt auch die Flugzeughersteller. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel über eine Airbus oder eine Boeing oder eine MTU entsprechend davon profitieren zu können. Das war sozusagen die Story, die sich so ein bisschen daraus ergeben hat. Und man sieht es halt auch, die Aktien haben es dann auch bereits schon hier im Oktober im vergangenen Jahr umgesetzt, als dann so die ersten Gerüchte, Annahmen bezüglich einer möglichen Konjunkturerholung in China eben losgetreten wurden. Da sind hier tatsächlich dann auch die Aktienkurse entsprechend angestiegen. Ich finde die Unternehmung gar nicht mal so verkehrt. Man hat hier zwar einen zyklischen Charakter drin. Klar, das sieht man ja auch sehr stark. Jetzt unabhängig von den Entwicklungen rund um die Covid-19-Pandemie zoomen hier etwas mehr rein. Aber man sieht halt ganz klar, dass natürlich der Flugverkehr international zunimmt. Man hat auch wieder die Billigheimer insgesamt natürlich, die auch dann durch Billigtickets entsprechen. Dann natürlich für eine höhere Frequentierung im Flugverkehr sorgen etc. PP sorgt natürlich dafür, mehr Flugzeuge werden nachgefragt, bessere Maschinen, bessere Flugzeugteile. Und da kommt dann MTU ins Feld. Und man sieht halt durch die Triebwerke, die eben von MTU hergestellt werden, hat das letzte Jahr wirklich ordentlich in die Kassen geklingelt bzw. geschlagen. Und man will entsprechend das über eine Dividendenausschüttung von 3,20 Euro entsprechend auch an die Aktionäre weitergeben. Also durchaus eine interessante Gesellschaft, wenn man sich das Ganze nochmal ansieht. Ich denke, dass wir hier zumindest mal eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends sehen werden. Jetzt ist natürlich klar die Frage, werden wir diesen Tempo weiter hochlaufen? Nein, natürlich nicht. Aber wir werden zumindest, wenn wir ein bisschen mehr reinzoomen, durchaus die Möglichkeit haben, hier in dem Bereich 250, 275 vielleicht so ein bisschen die alten Höchstkurse im Laufe des Jahres sehen zu können. Und hier natürlich dann eben ganz klar angetrieben von den Konjunkturentwicklungen in Europa und in China. Und das ist so ein bisschen die Story, die bei MTU da ist. Und es ist eben wichtig, dass natürlich auch eine Equity Story bei den Unternehmen entsprechend vorherrscht. Das heißt, Investoren setzen natürlich nur auf Unternehmen, wo eine gewisse Aussicht da ist, wo man einfach sehen kann, ja, okay, da sind treibende Faktoren, die sprechen für das Geschäftsfeld. Das ist bei MTU der Fall demzufolge. Ich finde die Aktien weiterhin spannend und würde sie zumindest halten, wenn nicht sogar bei Kursschwäche, die sich vielleicht auch nochmal in den kommenden Tagen einstellen kann, die eine oder andere Position mal eingehen. Wird man auf jeden Fall sehen. Nicht vergessen, Stop-Loss absichern ist natürlich das A und O. Zweite Unternehmung, Amgen, auch ein spannendes Unternehmen. Man muss sich immer nur in die absolut stark zyklischen Branchen reininvestieren und auch nicht in die Hammer hatten Wachstumsunternehmen, sondern man kann sich eben auch Biotechnologieunternehmen anschauen, beziehungsweise natürlich dann auch eher in den defensiven Sektor reingehen. Amgen ist eine amerikanische Gesellschaft, deswegen nehme ich mir hier den Nasdaq als Börsenplatz vor. Es ist immer ganz ratsam, wenn man sich halt entsprechend ausländische Aktien ansieht, immer auf den Heimatbörsenplatz zu gehen, weil da das höhere Handelsvolumen ist, weil man da einfach eine bessere Übersicht natürlich auch über die Handelsaktivitäten hat. Ähnlich verhält sich das auch bei deutschen Aktien. Dahin gehen immer eher auf Xetra, also wirklich da, wo das meiste Handelsvolumen ist, gucken. Das macht einfach mehr Sinn und nicht auf die Nebenkriegsschauplätze zu schauen. Da kriegt man dann teilweise ein verfälschtes Bild über die aktuelle Situation. Das ist also nochmal an dieser Stelle ganz wichtig. So, gucken wir uns nochmal ganz wichtigerweise natürlich den Kurschart von Amgen an. Man muss sagen, Amgen ist einer der interessantesten amerikanischen Biotechnologie-Werte. Wir hatten in der letzten Woche schon mal über Gilead gesprochen, jetzt also hier über Amgen. Und durchaus interessant. Also als Depotbeimischung, wenn man in Amerika entsprechend investiert sein will, finde ich die Aktie mega spannend aufgrund der Tatsache, weil man einfach hier viele Produkte in der Pipeline hat, die wirklich hohe Margen haben. Man hat also in vielen Bereichen bereits den Fuß drin. Man hat eben im Endeffekt, ja, das auch durch eine sehr, sehr prosperierende Dividendenstrategie an die Aktionäre weitergegeben. Das heißt, man hat hier wirklich einen Biotechnologie-Wert, der nicht nur durch Forschung und Entwicklungskosten sozusagen ständig die Gewinne wieder aufrisst, sondern man hat hier ein Unternehmen, was wirklich etabliert ist, eine große Produktpalette hat, sehr starke Wachstumszahlen, sehr starke oder beziehungsweise marginstarke Produkte in der Pipeline. Und das spricht natürlich dafür, dass man hier wirklich ein Unternehmen hat, wo man einfach sagen kann, ja, die legt man sich ins Depot, hat eine Sichtweise von vielleicht fünf oder auch zehn Jahren und profitiert einfach davon, von diesem langfristigen Aufwärtstrend. Die Menschheit möchte gesund sein, die Menschheit möchte gesunder werden. Demzufolge gibt es natürlich hier auch ganz klassische Zivilisationskrankheiten, denen man eben entgegentreten will. Amgen ist hier eben positioniert und wird davon profitieren, dass eben genau diese Trends sozusagen da sind. Das heißt, Menschen werden tendenziell ja mehr auf der Welt, werden entsprechend natürlich dann auch mehr die Bedürfnisse haben, entsprechende Krankheiten heilen zu wollen. Und davon profitiert Amgen und Amgen sitzt also fest im Sattel, demzufolge eigentlich eine ganz nette Depotbeimischung, wenn man eben so ein bisschen was Defensiveres, aber eben aus dem Biotechnologie-Sektor entsprechend im Depot haben will. Das nächste Unternehmen, da bin ich ein bisschen anders, ambivalenter eingestellt, ist die Thule. Das ist ein Hersteller von Fahrradzubehör, Transportsystem im weitesten Sinne. Also alle die, die in Berlin, in Prenzelberg, in Hamburg, in Eppendorf oder in Frankfurt am Main, in Westend wohnen, wissen wahrscheinlich, was ich damit meine. Das sind so diese klassischen Anhänger, wo dann eben entsprechend Kinder, andere Dinge, Tiere habe ich auch schon gesehen, entsprechend transportiert werden. Und war natürlich ein absolutes Boom, ja die Covid-Zeit. Jeder hat sich Fahrräder geholt, jeder hat entsprechend die Anhänger geholt. Ich glaube, hier in Hamburg gibt es mittlerweile mehr von diesen Fahr-, von den Gehwegpanzern als jemals zuvor. Und das ist natürlich dann auch so, dass davon gerade die Unternehmen wie eben zum Beispiel Thule profitiert haben. Ich denke aber tatsächlich, dass es keine, sag ich mal, wiederkehrenden Konsumneigungen sind, die wir da sehen, sondern man hat sich so ein Ding geholt, die Kinder wachsen irgendwann raus, der Hund will irgendwann selber laufen. Und im Endeffekt die Schlepperei, die Plackerei von den Dingen, die man dann auch transportiert, übernehmen dann die größer gewordenen Kindern. Also von daher wird hier aus meiner Sicht heraus eher eine Sättigung eintreten, als dass man noch dieses Segment noch stärker als Wachstumssegment sehen kann. Ich sehe es ein bisschen anders, weil jetzt natürlich vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere Zuschauerin sagen wird, ja Moment mal, aber es gibt doch tatsächlich die Fahrräder, es ist ein Wachstumsmarkt, da gibt es sehr, sehr viele gute Aussichten. Das stimmt, ich würde aber hier tendenziell eher zum Beispiel auf Unternehmen wie eine Shimano oder sowas setzen, die also Ersatzteile herstellen oder eben im Endeffekt sehr stark und dezidiert in bestimmten Bereichen einfach etabliert sind, weil man natürlich davon ausgeht, wenn man sich ein Fahrrad gekauft hat, werden natürlich Verschleißteile, entsprechende Ersatzteile benötigt und die werden dann von den großen Fahrradherstellern entsprechend produziert. Bei Thule sieht es halt eher so aus, die haben halt diese Transportsysteme hergestellt. Ich glaube auf Kindersitze, soweit ich es weiß, für Fahrräder, bin ich mir mal nicht ganz sicher. Und wenn man die eben hat, hat man die und wenn die Dinger eben kaputt gehen, dann gehen die halt meist natürlich auch über die Wupper und dann hat man die auch weg, man repariert da also sehr selten dran und vor allen Dingen wird das eben, wenn, dann auch eine Weile dauern. Man kann also annehmen, zwei bis drei Jahre sind solche Dinger entsprechend natürlich dann auch im Betrieb. Das heißt, bei Thule sehe ich momentan eher so ein bisschen die, ja wie soll man sagen, das Kurspotenzial doch tatsächlich erreicht. Ich glaube nicht, dass wir hier noch größere Wachstumszahlen sehen. Ich glaube aber, dass sich das Geschäft durchaus stetig fortentwickeln wird. Das heißt für mich eher so ein Dividendentitel. Also man sieht es ja auch, Dividendenrendite nicht verkehrt. Von daher würde ich die Aktie eher unter dem Aspekt nehmen, anstatt nochmal darauf zu setzen, dass wir tatsächlich so eine Kursbewegung, hier ich zeige euch das nochmal kurz, im Jahr 2000, hier 2021 sehen, wo sich die Titel dann teilweise mehr als verdoppelt haben. Das schließt sich tendenziell kategorisch aus. Ich glaube, wir werden hier so ein bisschen an diesem langfristigen Aufwärtstrend weiter eher wieder festhalten. Das heißt, eher in gemächlicheren Fahrwassern fahren und davon dann im Endeffekt profitieren, dass eben hier Thule doch eine relativ starke Marke in diesem Segment ist. Eine relativ starke Marke sind auch die Celanese. Ja, Celanese ist ja ein amerikanischer Wert jetzt, die ehemaligen Höchst, wurden ja von Finanzinvestoren aufgekauft, sind dann wieder über eine Rolle rückwärts an die Börsen in den USA gekommen und eigentlich im weitesten Sinne ein Chemieunternehmen, eben im weitesten Sinne im Bereich der Spezialchemieartikel. Und so ein bisschen für mich vergleichbar wie eben eine Covestro oder eine BASF in Europa wäre eben eine Celanese in den USA. Ja, profitiert natürlich davon, dass die Konjunktur sich insgesamt wiederholt. Also man hat hier wieder auch einen ganz klassischen zyklischen Wert. Man sieht das auch schon hier immer wieder, diese kleinen Hückelchen, die sich da im Endeffekt ergeben. Und hier, klein ist gut, hier etwas ausgeprägter Huckel, der natürlich dann auch mit diesen ganzen Herstellungsgeschichten von den Covid-19-Präparaten beziehungsweise auch natürlich Impfstoffen, Masken und so weiter zu tun hatte. Da sind auch die Produkte von Celanese eher stärker nachgefragt worden. Und hier wieder so ein bisschen ein Rücksetzer. Also es ist ein Unternehmen, wie gesagt, zyklisch Chemieunternehmen, heißt die Tendenz, klar wachsend auch wieder das Gleiche, wie vorhin schon erwähnt bei Amgen, dass man also davon ausgehen kann, die Menschen werden ja tendenziell mehr, wollen mehr konsumieren. Es wird tendenziell mehr natürlich auch Grundstoff aus der Chemie, aus dem chemischen Bereich benötigt. Und demzufolge sind solche Unternehmen wirklich interessant, wenn man eben sich ein langfristiges Depot aufbaut. Also keinen Zockerwert, sondern eher ein Unternehmen, wo man wirklich dann, sagen kann, ja meine Sichtweise 5 bis 10 Jahre, das sind so ein bisschen diese klassischen Anlagehorizonte. Je länger, desto besser. Guckt euch Warren Buffett an, der hat seine erste Beteiligung bei Coca-Cola, glaube ich, irgendwann in den 60er Jahren gemacht. Der hat Einstandskurse dadurch erreicht, wo jetzt jede Dividendenausschüttung quasi seinen Einstand wieder repräsentiert. Und so ist im Endeffekt dann auch der Erfolg bei Aktienanlagen zu sehen. Man muss hier wirklich ein bisschen Luft einfach mitnehmen. Man muss entsprechend auch einen Langanlagehorizont mitnehmen, was nicht heißt, dass man Buy and Hope macht. Das heißt, man legt sich nicht irgendwelche Aktien rein, verfolgt das Unternehmen nicht mehr, sondern natürlich muss man hier stringent dann Stop-Loss realisieren, wenn das Szenario nicht mehr aufgeht. Wenn aber die Gewinne für einen laufen, wenn man sozusagen in der Position im Gewinn liegt oder mit der Position im Gewinn liegt, laufen lassen. Gewinne kümmern sich um sich selbst und Verluste soll man sich kümmern. Das ist mein Standardspruch, der gilt wirklich immer. Und so ist es zu verstehen. Das heißt, wirklich so eine Aktien ins Depot legen, laufen lassen. Die profitieren dann eben auch wieder davon, wenn die Konjunktur in den USA wieder besser läuft. Klar, wenn sie nicht so gut läuft, kommen sie zurück. Aber wichtig ist ja genau, nochmal den Aktienchart angeschaut, dass man hier im Endeffekt immer wieder diese tendenzielle Aufwärtsbewegung hat. Natürlich muss man so eine Pain-Points hier aushalten können im Endeffekt. Deswegen ja auch Positionsgröße und Stop-Loss entsprechend setzen, dass man nicht sofort aus der Position rausgeschüttelt wird. Das nächste Unternehmen sind die UFP Industries. Das ist ein Holzunternehmen, Bauholzunternehmen aus den USA. Ich kann mich daran erinnern, die hatten wir auch tatsächlich in 2021. 2021, da ging ja buchstäblich die Post ab, gerade im Bauholzsektor. Aber es ist halt wie alles keine Einbahnstraße. Und somit ist dann im Endeffekt auch hier eine Korrektur notwendig geworden, beziehungsweise dann vollzogen worden. UFP ist sehr, sehr stark im Immobiliensektor natürlich damit auch verbunden. Das heißt, gerade Bauholz wird natürlich im Immobiliensektor mit benutzt und verwendet. Und da sehe ich momentan tatsächlich das größte Risiko mit, weil wir hier einfach ein Unternehmen haben, was eben genau aufgrund der Tatsache oder durch die Tatsache eben Erfolg hat, dass in den USA sehr, sehr viel eben mit Holz gebaut wird. Das heißt, die Häuser, die man dort sieht, sind größtenteils wirklich eben eher so eine, wie soll man sagen, Holzwände, dünne entsprechende Bauweise, die eben dann natürlich der UFP ein prosperierendes Geschäft verschafft, was aber insgesamt natürlich nicht eine Bausubstanz jetzt wirklich Stein auf Stein oder entsprechend aus Beton oder eben Backstein, wie hier in Deutschland oder in Europa haben, sondern eben eine ganz andere Bauweise. Und hier sehe ich momentan auch wirklich das größte Gefahrenpotenzial. Das Unternehmen ist augenscheinlich günstig bewertet, kommt aber genau daher, weil man einfach annehmen kann, dass sich der Immobiliensektor in den USA tendenziell abkühlen wird. Wir haben gestern den Notenbankschritt gesehen in den USA und weitere 25 Basispunkte. Das wird jetzt nicht sofort zu krisenhaften Erscheinungen führen, aber es wird insgesamt natürlich dafür Sorge tragen, dass einfach tendenziell weniger Menschen sich dann Immobilien kaufen können. Und das ist momentan so ein bisschen das generelle Problem. Das heißt, man sieht, dass zumindest mal der Markt stagniert und demzufolge fehlt mir da so ein bisschen die Wachstumsfantasie generell bei dem Unternehmen. Langfristig gesehen durchaus interessant. Wenn ihr in den Aktien noch nicht investiert seid, dann auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen und beobachten. Dafür sind solche Phasen einfach dann auch da. Und wenn man dann sieht, dass der ganze Swing wieder in den USA Schwung, also wieder Swing reinkommt, beziehungsweise vielleicht in 2024 oder 2025 die Leitzinsen auch wieder abgesenkt werden, dann kann man davon ausgehen, dass der Immobilienmarkt auch wieder neue Dynamik bekommt und dass natürlich auch die Neubauten entsprechend davon profitieren werden. Dann wird Bauholz entsprechend natürlich auch wieder interessant und dann werden solche Unternehmen natürlich auch davon profitieren. So kann man das Ganze sehen. So ein bisschen als Value-Wert würde ich es nicht betrachten. Es ist eher ein Wert, der natürlich sehr stark zyklisch eben in Form von Immobiliensektor Abhängigkeiten entwickelt hat, aber der nicht als klassisch defensiver Wert zu betrachten ist, weil man eben hier doch eben eine gewisse Zyklik natürlich hat und die eben sehr stark auch an den Zinstrend im Endeffekt mit gebunden ist. Also von daher eher momentan aus meiner Sicht heraus ein Watchlist-Kandidat. Wenn ihr die Aktien habt, haltet die. Klar, ich meine, ich bin kein Hellseher. Ich kann nicht wissen, wie sich im Endeffekt die kommenden Quartale entwickeln werden, aber ich kann natürlich hier meine Meinung dazu abgeben, wie ich diese Aktien, wie ich die Branchen momentan einschätze und demzufolge ist das natürlich dann dahingehend ein Hinweis. Das nächste Unternehmen ist die Deutsche Börse AG und das ist tatsächlich ganz spannend. Börsenbetreiber an sich eine schöne Depot-Beimischung, wenn man sich so ein bisschen gegen turbulente Zeiten absichern will, weil die nämlich davon profitieren. Das heißt, je volatiler das an den Börsen einhergeht, desto mehr oder desto voller werden die Kassen bei den Börsenbetreibern. Das hat damit zu tun, weil eben die Börsenbetreiber sogenannte Schlussnotengebühren nehmen. Für jedes vermittelte Geschäft an den Börsen geht ein kleiner Teil an den Börsenbetreiber. Das heißt, wenn ihr auf Xetra eine Aktie kauft, dann gehen, was weiß ich, in Euro 50 in Richtung deutsche Börse, dafür, dass ihr eben dort dieses Geschäft getätigt habt. Und davon profitieren natürlich dann die Börsen. Je volatiler, je mehr Handelsvolumen an den Börsen ist, desto klarer und krasser fühlen sich natürlich die Kassen. Und das ist eine ganz spannende Situation, weil man damit so ein quasi Cross-Hedge, nenne ich es jetzt mal, hat. Das heißt, man hat ein Aktiendepot, zum Beispiel mit sehr zyklischen Werten. Die Börse schwankt sehr stark. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, eben gerade weil die Börsen sehr starken schwanken, sich natürlich dem Börsenbetreiber als Gegengewicht ins Depot zu legen. Das heißt, der Teil der zyklischen Werte, der schwankt sehr stark, aber eben der Teil von den Börsenbetreibern, der steigt ja tendenziell im Kurswert, weil man natürlich dann einfach davon profitiert, dass eben die Börsen so volatil sind und dass da gerade richtig Pfeffer ist. Natürlich, deswegen auch Cross-Hedge, ist es nicht so, dass wir hier ein 1 zu 1 Hedge haben. Das heißt, es fängt natürlich nicht komplett auf, aber man nimmt so ein bisschen eben zyklischen Charakter aus den entsprechenden Depots raus und hat damit eigentlich eine Möglichkeit, so ein bisschen auch eine kleine Diversifikation vorzunehmen und bleibt aber trotzdem, das ist ganz wichtig, in einer Volkswirtschaft entsprechend investiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Depot nur deutsche Werte oder europäische Werte haben möchte, dann kann ich natürlich entsprechend, was weiß ich, auf die Euronext, auf die deutsche Börse entsprechend zurückgreifen. Natürlich würde ich mir tendenziell immer eher die großen Player nehmen, die also wirklich eine Wichtigkeit haben. Oder in den USA von mir aus auch einen New York Stock Exchange oder einen Nasdaq. Es gibt also, eigentlich sind, glaube ich, alle Börsenbetreiber, würde ich jetzt mal sagen, von den großen etablierten Volkswirtschaften entsprechend gelistet. Sogar die Hongkong Stock Exchange kann man meines Erachtens kaufen und auch die Japan Stock Exchange gibt es meines Erachtens nach ebenfalls als Aktienform. Also von daher merkt ihr schon, wenn man jeweils so ein bisschen sein Depot in diese Richtung ausgerichtet hat, hat man die Möglichkeit, diesen eher defensiven Charakter entsprechend reinzunehmen. Aber wie gesagt, es ist keine Anlagestrategienführung, es ist einfach nur ein Hinweis dahingehend, wie man natürlich die Sache auch sehen kann, wenn man sich solche Unternehmen ansieht. Deutsche Börse gefällt mir ganz gut. Zuletzt gab es ein Gerichtsurteil, man hatte eben für die iranische Staatsbank in dem Clearstream-System in Luxemburg noch 1,7 Milliarden Assets gehabt. Da hatte ein Kläger geklagt auf Herausgabe dieser Vermögenswerte. Die Deutsche Börse hatte dagegen geklagt. Klar, warum? Naja, weil wenn man im Endeffekt als Verwahrer auftritt und jemand anderes diesen Wert wegnimmt, dann muss die Deutsche Börse im Endeffekt theoretisch als Ersatzleistung eben an den dann entsprechenden Schuldner bzw. Gläubiger, nachdem man die Betrachtung sieht, rantreten und dort den Scharnersatz gleiten, weil sie ja eben fiduciarisch gehandelt haben. Das heißt, als Treuhänder, denen gehört das ja nicht, sondern jemand hat das entsprechend dort hinterlegt. Und wenn das dann weg ist, hat man eben ein treuhänderisches Verhältnis eben natürlich zu dem anderen. Aber das ist ein rechtliches Problem, da will ich mich gar nicht zu sehr reinklemmen. Zumindest mal dürfte es nicht groß belasten. Es wurde zumindest von Seiten der Deutschen Börse darauf hingewiesen, dass es kein Problem ist, wo man jetzt größere Rückstellungen vornehmen muss, sondern lediglich ein Rechtsstreit zwischen den USA, der Deutschen Börse und der Staatsbank von Iran, glaube ich war es genau, Bank Makasi und entsprechend das nochmal so als beiläufiges Themenwerk. Das nächste Unternehmen sind die Deer. Das ist der größte Landmaschinenhersteller weltweit tatsächlich aus den USA und der profitiert momentan davon, dass die Ukraine bzw. Russland global als Weizenproduzent ausgefallen ist. Das heißt, andere Länder müssen diesen Shortage, also diesen Rückgang, diese Lücke schließen, haben eben Ackerflächen entsprechend neu angebaut, brauchen natürlich dafür neue Landmaschinen, neue Traktoren und sind natürlich dann eben auch bei den größten Landmaschinenhersteller Deer gelandet. Der hat davon profitiert, das heißt, man sieht nicht gerade unzufällig, dass mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs dann eben auch die Aktien sehr stark angestiegen sind. Vor allem ganz interessant natürlich auch hier in diesem Zusammenhang, Moment, ich zoome mal ein bisschen mehr rein. Man sieht erstmal sozusagen hier natürlich diesen ersten Rückgang, weil gerade in dieser Zeit eben diese ganzen Querelen rund um den Weizenmarkt aufgetreten sind. Aber was man eben auch natürlich ganz gut sieht, ist danach eben hier diese Nachfrage nach Landmaschinen von eben Deer und das ist die Situation. Insgesamt ganz spannend, muss ich sagen, Deer gefällt mir gerade langfristig. Kurzfristig weiß ich nicht, da würde ich sagen, okay, da ist dieser Abwärtstrend, diese Konsolidierung, die wir sehen, doch sehr stark natürlich an den allgemeinen Marktgegebenheiten in den USA gekoppelt, aber ich finde perspektivisch ist es mega spannend, weil Deer auch einer der großen Treiber der Technologisierung, Digitalisierung im Landwirtschaftssektor ist. Das heißt, man ist dabei wirklich Smart Traktoren, Smart Farming zu betreiben, dass man also zukünftig Traktoren hat, die wesentlich effizienter noch arbeiten können, was natürlich auch unter Umweltschutzaspekten und Gesichtspunkten sehr wichtig ist. Das heißt, man hat Möglichkeiten über GPS-Systeme, Kamerasysteme, die man an den Traktor entsprechend befestigt hat, wesentlich effizienter und besser dann Bewirtschaftung vornehmen zu können. Punkt eins, Punkt zwei ist, der Bauer braucht in Zukunft oder der Landwirt an sich nicht auf dem Traktor so zu sitzen, sondern das Ding fährt wirklich alleine und autonom, wie so eine Art Rasenmäher, der teilweise ja auch im Garten alleine sein Werk verrichtet. Und der Landwirt hat dann über Kamera und GPS-System die Möglichkeit entsprechend dann einzugreifen beziehungsweise zu gucken, wie das Ganze gemacht wird. Also mega, mega spannend, tolle Story, also langfristig hochinteressant. Zeigte sich auch zuletzt in den Wachstumzahlen, die man hier gesehen hat. Also sowohl Umsatzwachstum als auch Gewinnwachstum sprechen zumindest mal vieles Unternehmen, die Wertung damit eigentlich okay. LVAC-HGV, klar, ein bisschen teurer als in mancher Automobilhersteller, aber natürlich insgesamt ein ganz anderer Sektor, dadurch ganz spannend. Und man kann davon ausgehen, Landwirtschaft ist ähnlich, so ein bisschen natürlich wie die Pharma-Branche. Menschen werden mehr auf der Welt, wollen mehr essen, haben natürlich auch mehr Bedürfnisse entsprechend, sich zu versorgen, zu verpflegen. Sprich, Landwirtschaft ist sozusagen ein rezessionssicheres Anlagegut oder eine Anlageklasse. Und demzufolge hat man die Möglichkeit, einfach dadurch über zum Beispiel Investitionen in DARE oder von mir aus auch in Arkadaniards Midland, die übrigens auch dann Traktoren und Landwirtschaftsgeräte herstellen, entsprechend profitieren zu können. So, das nächste Unternehmen sind die Ecotel Telecommunications oder Communications heißen sie ja nur. Das ist ein Düsseldorfer Unternehmen aus dem Bereich der Telekommunikation. Die haben unter anderem zum Beispiel die Easybell-Gruppe in ihrem Portfolio gehabt. Eigentlich eine ganz spannende Situation. Das Unternehmen ist im Bereich des Cloud- und Fiber-Telecommunications-Bereichs unterwegs. Und man sieht ja hier auch insgesamt die Entwicklung des Aktienkurses durchaus fulminant. Ja, ich habe so ein bisschen, also ich sage mal so, ich finde es gar nicht mal so unspannend, das Unternehmen. Es ist mir aber derzeit einfach auch zu klein. Das heißt, wir haben ein Unternehmen eben eher aus der zweiten beziehungsweise dritten Reihe. Und das ist halt in der aktuellen Börsenphase schwierig, weil natürlich gerade Investoren eher auf die erste Garnitur gucken. Das heißt, man würde eher tendenziell in eine Deutsche Telekom investieren als in eine Ecotel. Weil das ist einfach der Tatsache geschuldet, weil die Deutsche Telekom größer und DAX 40 wert ist und viele einfach nicht mehr in die zweite und dritte Reihe als Investor gucken. Das ist ein bisschen das Problem. Gibt aber auch Chancen natürlich, klar. Weil man da nimmt als Privatinvestor natürlich die Möglichkeit hat, wenn man einen entsprechenden Anlagehorizont hat, solche Perlen teilweise natürlich ins Depot zu legen. Wobei man auch hier sehen muss, der Telekommunikationsmarkt wird zukünftig immer intensiver umkämpft und wird natürlich auch immer kostenintensiver werden. Demzufolge würde ich hier tatsächlich immer auf große Unternehmen setzen, die eine sehr starke Kapitalausstattung haben, sich auch relativ easy am Kapitalmarkt natürlich dann mit neuen Finanzen versorgen können, mit neuen entsprechenden Mitteln. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Also maximal würde ich eine Ecotel so ein bisschen als Depotbeimischung sehen, nicht unbedingt als Hauptposition, aber durchaus interessant. Gerade eben auch die Positionierung. Ich muss sagen, das Unternehmen macht einen guten Job. Man hat es eben gesehen, man hat hier eine ganz interessante Positionierung. Man hat auch die wichtigen Kernmärkte in der Telekommunikation für sich entdeckt. Das heißt tatsächlich dieses Cloud Computing, also beziehungsweise Cloud Telecommunication, dass man eben dann über Voice over IP, beziehungsweise dann entsprechende Anwendungen in diesen Bereichen einfach telefoniert und nicht mehr klassisch diese Infrastrukturnetze nutzt, dass man eben irgendwelche Kabel vermitteln muss. Ganz spannend. Aber wie gesagt, ich denke, dass hier ein begrenztes Wachstum dahingehend vorhanden ist, dass man eben hier keine stürmischen Drangzeiten oder Sturm und Drangzeiten sieht, sondern tendenziell eher jetzt eine gemächliche weitere Gangart sehen wird. Und da muss man natürlich dann sehen, ob man das entsprechend in seinem Depot bedenken möchte. Demzufolge würde ich sagen, wenn man die Aktien hat, eine schöne klassische Halteposition, wenn ihr da wirklich frühzeitig eingestiegen seid hier bei den Aktienkursen vom Jus und vergangenen Jahr, irgendwas um Mitte 20 Euro, dann habt ihr ja alles richtig gemacht. Dann würde ich die Aktienposition weiter halten. Ich würde ansonsten für Neuengagements wirklich tatsächlich aktuell, aber wirklich nur der Börsenphase geschuldet, auf die erste Garnitur setzen. Also wirklich nur auf die großen Unternehmen, außen DAX 40, weil hier einfach der erste richtige Schwung reinkommt, weil da die Dynamik zu erwarten ist und weniger in der zweiten oder dritten Reihe. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Das nächste Unternehmen sind die Almonti Industries. Das ist ein kanadisches Unternehmen und ja, ich weiß nicht, also ich werde damit nicht so richtig warm. Erstmal ein Unternehmen wieder aus dem Pennystock-Bereich, aber ihr wolltet ja entsprechend hier nochmal eine kurze Einschätzung haben. Almonti Industries hat sie selber auf die Fahne geschrieben, entsprechende Wolframminenprojekte in Spanien, Portugal und Südkorea aufzukaufen, die in Notleidend sind, die also irgendwie falsch backert worden sind, beziehungsweise falsch geführt worden sind. Die will man dann eben kaufen, möchte die dann wieder aufbauen und will davon profitieren. Ja, da muss ich sagen, zum einen, also durchaus eine interessante Geschäftslogik, die dahinter steht, aber zum einen ist natürlich schwierig, Wolfram sehr klar und stark vom Stahlsektor abhängig. Das heißt, Wolfram wird ja eben zur Härtung von entsprechenden Stahlprodukten benötigt. Wenn Stahlprodukte nicht nachgefragt sind, wird auch weniger Wolfram nachgefragt. Ganz klare Logik, die dahinter steht, ein ganz klares Kausage. Für das Zweite ist, was auch ganz wichtig ist, gerade bei Beteiligungsunternehmen, die sich sowas auf die Fahne geschrieben haben, man holt sich ja potenziell Risiko rein und finanziert das natürlich meist mit Fremdkapital. So, der Punkt ist der, in Zeiten von steigenden Zinsen wird das Fremdkapital natürlich auch teurer. Und gerade bei solchen Unterfangen lassen sich Investoren und Banken, die sollen nur Deals finanzieren, dann natürlich auch entsprechende Risikoaufschläge bezahlen. Das heißt, oftmals ist es so, dass die Margen, die dann zu erwarten sind, da einfach viel zu gering werden. Das ist ein Geschäftskonzept, das hat funktioniert, wo man eben nahe 0 oder eben unter 3% entsprechend war, weil man dann eben davon ausgeht, man hat 3% Finanzierungskosten, hat vielleicht eine Gewinnerwartung von 15, 20 oder 25% bei dem Deal. Dann steht das Ganze entsprechend einer gesunden Chance-Risiko-Erwartung. Wenn die Zinsen aber bei 5% sind und man eben auf der anderen Seite natürlich auch durch die konjunkturelle Entwicklung entsprechend vielleicht nur eine Margenerwartung von 15 bis 20% hat, dann hat man hier auf einmal eine extrem starke Verschiebung beim Chance-Risiko-Verhältnis. Und der Punkt ist der SG natürlich nicht alle Deals gut. Da könnt ihr euch mal mit Private-Equity-Investoren unterhalten. Da ist so ungefähr die Range, wenn 2 von 10 Deals tatsächlich so aufgehen, wie man sich das erwartet hat, dann ist man tatsächlich schon Spitzenklasse. Und das ist so ein bisschen der Problem, da merkt ihr schon auch gerade diese Verhältnismäßigkeit zwischen Zins, also Refinanzierungssätzen, entsprechender Renditeerwartung im Verhältnis natürlich zu dem aufbauenden Portfolio. Das kostet ja halt auch nochmal Geld insgesamt. Also von daher, Almonti insgesamt gefällt mir aufgrund der starken Fokussierung im Wolfram-Sektor, aufgrund der Positionierung als Beteiligungsunternehmen momentan wirklich nicht gut. Das sind eher Unternehmen, die laufen dann, wenn die Zinsen wieder am sinken sind, weil man eben genau dann ja in die Zinsabsinkungsphase hineinfinanziert, also tendenziell eher die Chancen hat, geringere Refinanzierungskosten erzielen zu können und damit natürlich auch in die Konjunkturerholung mit reinläuft. Momentan ist es genau andersrum, das heißt, wir sehen ja momentan eher die Erwartung, dass sich in vielen Sektoren zumindest mal eine Stagnation zeigt und gerade eben natürlich auch in Amerika, beziehungsweise muss sich zeigen, ob Europa tatsächlich schon aus dem Puschen kommt und wir sehen eher dagegen laufend die hohen entsprechenden Zinsen. So, das nächste Unternehmen, Saturn Oil & Gas, ein Kandidat, der ebenfalls aus Kanada kommt, den ihr auch unbedingt hören und sehen wolltet. Und da ist mir halt aufgefallen, das Unternehmen hat in den letzten Jahren etliche Ölprojekte aufgekauft. Da hat also sich hier eigentlich hauptsächlich das Wachstum eher gekauft, wenn man es so will. Zwei Risiken, auch ebenfalls Risikorefinanzierungskosten sollte man im Auge behalten, könnte ein Problem darstellen. Zweiter Punkt ist der, Fokussierung auf fossile Brennstoffe. Zum einen wird das Ganze natürlich rückläufig sein. Zum zweiten ist es so, dass die Ölpreise momentan auch stark eben abgenommen haben, durch eben natürlich Befürchtungen grundsätzlich in Richtung Konjunkturerwartung. Und man sieht es im Aktienkursverlauf. Also, wenn man im Ölsektor unterwegs sein will, ich würde da nicht auf so eine kleine Würstchenbude setzen. Das sind alles Unternehmen, wo wirklich extrem viele Risiken eben, wenn da eben Projekte zusammengekauft werden. Die müssen integriert werden. Die haben Finanzierungskosten an der Backe. Die sind sehr stark abhängig natürlich auch, wie der Ölpreis sich entwickelt und so weiter und so weiter. Also, eine sehr, sehr hohe Ambivalenz, die in dem Unternehmen insgesamt drin ist. Ölunternehmen wie eine Shell, wie eine ExxonMobil oder was für andere Großunternehmen, Total Energy, die haben im Endeffekt eine andere Positionierung, weil die viel fester am Sattel sitzen, eine viel stärkere Kapitalbasis haben und dahingehend dann eben auch solche Zeiten besser aussitzen können und sich vor allen Dingen dann eben auch schon in etablierten Projekten tummeln, wo wirklich sehr, sehr viel bereits schon produziert wird. Also, Saturn, Eul und Gers ist mir einfach dahingehend von der Kategorie zu klein und dahingehend zu risikobehaftet. Müsst ihr natürlich selber entsprechend natürlich für euch einschätzen, aber wenn ich mir den Kursverlauf insgesamt so ansehe, hat man hier ja tatsächlich in den letzten Jahren kaum einen Blumentopf gewinnen können. Klar gab es hier mal diese Kurssteigerung um 100% in den turbulenten Jahren. Das hätte man aber auch mit einer Shell oder damals einer BP entsprechend eben erreichen können. Und also von daher weiß ich nicht, ob da unbedingt so eine Outperformance entsprechend dann zu erwarten ist mit dem Risiko, was man da eingeht. Und das ist für mich immer wichtig und demzufolge so würde ich die Aktien einschätzen. CS-Unternehmen spannend, Stratasys, 3D-Unternehmen. Und da hatten wir auch vor einiger Zeit schon oder ich schon vor einiger Zeit drüber gesprochen. Da tut sich jetzt einiges. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen der Donröschen-Wachkuss sein für die gesamte Branche. Da hat sich nämlich die Nano Dimensions zu Worte gemeldet und hat ein Übernahmeangebot an die Aktionäre von Stratasys rausgehalten. Nano Dimensions hatte sich bereits mit 14,5% an dem Unternehmen beteiligt und hat da entgehend jetzt hier nochmal nachgelegt, will eben sozusagen die restlichen Anteile von Stratasys eben kaufen. 18 US-Dollar wurde als Angebot rausgehalten. Das Management hat sich aber dagegen ausgesprochen, hat gesagt, nee, wir wollen unabhängig bleiben. Wir wollen im Endeffekt weiter in das Unternehmen entsprechend entwickeln. Das ist ganz spannend, kann ich auch nachvollziehen. Ihr seht immer in langfristig, das ist auch ganz spannend, hier 13, 14, was da mit der 3D-Technologie durch die Decke gegangen ist. So ein bisschen der Cannabis-Effekt, wenn man so will. Also nicht, dass die allein geraucht haben, da doch vielleicht der ein oder andere Investor, der hier oben noch eingestiegen ist. Aber insgesamt natürlich eine interessante Entwicklung, die sie sich momentan darstellt. Ich glaube tatsächlich, 3D wird auch wirklich jetzt, gerade mit der Digitalisierung, Industrialisierung 4.0, wieder mehr in den Fokus rücken. Und wenn ich mir die Gewinnentwicklung auch ansehe, Stratasys ist gut im letzten Jahr nicht wirklich mega überzeugt, aber zumindest mal ein solides Zahlenwerk dargelegt. Aber die Aussichten sind ganz interessant. So will man eben in dem aktuellen Jahr entsprechend ein EBITDA von 35 bis 50 Millionen erzielen. Und wenn man halt überlegt, dass das Unternehmen Nano Dimensions 1,1 Milliarden US-Dollar für das gesamte Unternehmen eben geboten hat, dann kann man sich auch vorstellen, wie die natürlich als Einschätzung den Gesamtmarkt einschätzen und sehen. Das heißt, 3D-Technologie wird interessant. Und ich denke, man könnte sich durchaus mal die ein oder andere Position ins Depot legen. Auch nicht jetzt mit Charakter der Übernahme. Darauf würde ich jetzt vielleicht gar nicht so spekulieren. Ich glaube, das Ding ist erstmal durch. Aber es hat natürlich einen Grund. Gerade wenn eben ein Konkurrent sich den nächsten einverleihen will, dann sind das oftmals Anzeichen einer Bodenbildung. Und dass danach natürlich gerade, weil Brancheninsider ja einfach wissen, was an den Märkten abgeht, dann natürlich da einen Fokus drauf haben. Und dahingehend finde ich die Aktien von Stratasys aus der aktuellen Situation heraus interessant. Wie gesagt, wir hatten im letzten Jahr auch schon mal drüber hier an dieser Stelle gesprochen. Auch 3D entsprechend natürlich ein interessantes Unternehmen, weil das die beiden großen Player sind, die eben in dem 3D-Druckbereich unterwegs sind. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, wie gesagt, eine gute Möglichkeit ist, davon zu profitieren. Und vor allen Dingen, weil interessant ist, es ist ein Effizienzgedanke, der dahinter mitsteht. Das heißt, wir haben eben jetzt entsprechende Konjunkturentwicklung in den USA gesehen. Wir sehen eben jetzt natürlich auch die entsprechenden Annahmen für Europa und China. Und das führt einfach dazu, dass jetzt gepaart mit der Industrialisierung 4.0 Digitalisierung dann natürlich die Möglichkeiten bestehen, dass natürlich auch dieser ganze Zweig und dieses Segment jetzt stärker eher wieder in den Fokus rückt, was vor einiger Zeit entsprechend noch nicht an Marktbreite, an Marktreife insgesamt einfach vorhanden war, was aber so langsam jetzt natürlich eine Durchdringung entsprechend erreichen kann. Das nächste Unternehmen sind die 7C Solarparken. Und das ist ein Unternehmen, die begleitet mich eigentlich auch schon relativ lang. Die werden ehemals bekannt unter Reinicke und Pohl, dann unter Collexon Energy, also das war damals ein Mantel-Deal, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, sowas gab es mal. Das heißt, da hatte man eben in alten Börsengesellschaften, notierten Gesellschaften, entsprechend neue Unternehmungen reingepackt und hat damit dann versucht, sozusagen einen neuen Geschäftsbereich zu etablieren, beziehungsweise die Börsenmantel dann wieder zu reaktivieren. Und so ist halt auch hier die Solarparken, die 7C Solarparken zu sehen. Wie gesagt, bekannt unter Collexon Energy, beziehungsweise Reinicke in Polen, heißen jetzt 7C Solarparken. Relativ kleines Unternehmen im Verhältnis zu den großen Plänen in dem Bereich. Man hat also hier, ist der Tätigkeitsschwerpunkt Erwerb und Betrieb von Photovoltaikanlagen, bei laufender Optimierung der Anlagen. Das heißt, man baut eben diese Geschäftsbereiche weiter aus, hat sich Grundstücke erworben, hat entsprechend die Photovoltaikanlagen draufgebaut und will natürlich davon profitieren, dass man den Strom dann eben entsprechend verkaufen kann. Jetzt muss man aber auch eins betrachten, im vergangenen Jahr gab es eben wirklich die Sondersituation. Da haben viele, die im Bereich der regenerativen Stromerzeugung tätig waren, einfach in die Hände geklatscht, weil natürlich dann die Strommärkte in Europa entsprechend stark eben ausgeschlagen haben, Strompreise stark gestiegen sind. Das hat insbesondere denen wehgetan, die zum einen mit dem Strom natürlich handeln, als auch denen, die Strom durch fossile Brennstoffe dann natürlich auch erzeugen, zum Beispiel Erdgas und so ein Kram, die sind dann stärker dann mitleidenschaft gezogen worden, weil natürlich die Margen nicht dann entsprechend mitgewachsen sind, aber die, die eben Photovoltaikanlagen betreiben, das heißt, die eben den Sonnenstrom umwandeln, denen war es egal, Sonnenenergie ist immer da, also wenn nicht gerade der Himmel bedeckt ist und dann ist es natürlich gut, wenn der Strompreis entsprechend hoch ist. Deswegen muss man das ein bisschen relativieren. Ich glaube, auch den Ausreißer, den wir hier in 2022 gesehen haben, der ist tatsächlich auch maßgeblich dieser Tatsache geschuldet gewesen. Das haben wir auch bei anderen Unternehmen aus den Sektoren gesehen, die im regenerativen Energiebereich tätig waren, eine Verbio und so weiter, das ist das Ähnliche. Durchaus interessant ist, ein spannendes Unternehmen, aber hier nochmal der Hinweis, wie gesagt, im Verhältnis relativ klein. Ich glaube, die haben so eine Marktkapitalisierung um was um 300 Millionen. Das ist natürlich eine Menge, klar, aber im Verhältnis zu börsennotierten Gesellschaften doch eher gering. Also das heißt, man ist hier unter einer Milliarde. Das sollte man wissen. Man ist also auch hier im Bereich der Nebenwerte ganz klar unterwegs. Demzufolge so ein bisschen gleiche Kategorie von dem Nebenwerte-Charakter wie eine Eko-Tel eben. Und da ist natürlich die Frage, gehen die Investoren unbedingt in solche Unternehmen rein? Ja, nein, weiß nicht. Das heißt, wenn ihr wahrscheinlich in dem Unternehmen investiert, seien, sonst würdet ihr die Frage nicht stellen, dürftet ihr wahrscheinlich sogar mehr Informationen noch haben als so mancher großer Investor, weil das Unternehmen einfach schlichtweg zu klein ist. Also es ist ein sehr, sehr klares Spezialitätenpapier und das sollte man wissen. Vor allen Dingen muss man hier natürlich immer wieder auch drauf gucken, wie entwickelt sich der Strommarkt weiter? Muss ein bisschen gucken, wie sind die Projekte von 7C Solar zum Beispiel natürlich finanziert? Wo haben die ihre entsprechenden Anlagen? Was für Leistungen bringen die? Und so weiter. Das sind alles Dinge, da kann man sich schön reingraben, wenn man eben die Lust und Zeit dazu hat. Klar, weil da eben das Portfolio insgesamt natürlich klar ist. Das heißt, bei einer Total Energies zum Beispiel oder von mir aus auch anderen großen entsprechenden regenerativen Stromerzeugern wie eine RWE, da wird es natürlich schwierig, weil die einfach eine viel zu große Bandbreite haben und man da als Außenstehender gar nicht reingucken kann. Da ist es tatsächlich immer ganz interessant, sich eben gerade bei so einem kleinen Unternehmen eher zu tummeln und mal zu gucken, was machen die da eigentlich? Aber genau das sollte man auch tun, sich informieren. Insgesamt interessantes Unternehmen, ja, aber wie gesagt, eher was für Nebenwerte, Freaks, nicht unbedingt für diejenigen, die eine konservative Anlage brauchen, was nicht heißt, dass hier der hohe spekulative Charakter eben dadurch gegeben ist, dass man eben ein Unternehmen hat, was einen spekulativen Geschäftsbereich hat, das nicht, sondern eher aufgrund der Struktur des Unternehmens, dass man hier ein kleineres Unternehmen hat und das in der aktuellen Börsenphase insgesamt eine Schwierigkeit darstellen kann, weil eben die Investitionen eher in die großen Werte reinfließen. Durchaus ein Wert, wie gesagt, Watchlist, immer gar nicht so verkehrt, gerade in so einer Börsenphase mal beobachten, sich entsprechend mal anschauen, wie auch natürlich sich die Strompreise weiterentwickeln und dann kann man das sehen. Aber hinterherlaufen sollte man den Aktienkursen sowieso nicht. Man sollte dann immer solche Indikationen und Impulse nehmen, um sich entsprechend mit den Unternehmen zu beschäftigen und daraus vielleicht seine individuellen Schlüsse zu ziehen. Vielleicht kommt man auch auf ganz andere Unternehmen. So, damit bin ich durch. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Wie gesagt, wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Schreibt mir gerne in die Kommentarzeile rein, was ihr in der nächsten Sendung haben wollt. Wie gesagt, in der kommenden Woche bin ich dann auf. Da habe ich eine Woche Urlaub. Ihr könnt dann sozusagen ab Ostern erst wieder mit mir rechnen, aber da freue ich mich natürlich auch schon drauf. In diesem Sinne dann alles Gute, viel Spaß, genießt den Tag und bis demnächst wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.